Also ich mache gerade meinen Techniker im Fernstudium und wollte einfach Neues kennenlernen. Ich habe in einer großen Firma gelernt und möchte jetzt viel Neues lernen. Dadurch, dass ich hier in einer kleinen Firma bin, kann ich auf Montage gehen und viel mehr Handwerk lernen als in einer großen Firma. Dadurch bin ich zum Koch gekommen. Mich hat ein ehemaliger Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier arbeiten könnte. Und es macht sehr viel Spaß, dadurch, dass ich sehr viel Neues lernen kann, was ich davor halt einfach nicht konnte.